Ich glaube, das ist wieder dieser... ...dieser eine Dude... ...mit seinen Karate-Moves und seinen... Oh damn, ja, der hat sich abgegradet. Das ist aber mal so riesig. Ich bin so greedy. Geh mir den ganzen Stuff. Hä? Oh man. Mich zu schlecht, darüber zu helfen. Sad. Hä, was mache ich denn? Das habe ich doch bisher zählt. Das haben wir geschafft. Was? Oh man. Oh no. Tragisch. Ich habe alle meine Skills verlernt. Ach so, weil ich meinen zweiten Dash ver... Hä? Bin ich gerade dumm? Okay. So. Damn. Hat er sich einen Penis gebaut? Nee. Oh, einen dicken Hintern. Oh man. Oh man. Nektar mit. Oh man. Oh man. In verwirrt. Gut, dann. Wissen Sie die Glorien dieser letzten Modifikation? Wissen Sie die Glorien. Der Vater Servo, die du weißt, hat von seinem Leben geschehen. Mein Kind, behält diese letzte Inkarnation. Der lässt sich zumindest nicht besonders leicht hacken. Haha, okay. No more! Vater Servo gilt's! So, what do you want this time? More weird junk? Too busyness already, mai mai. I figured I should get it over with and save us both sometime. You're a clever one, aren't you? Well, when the heavens offers succor, succor, it is poor form to refuse. But the server requires the silver or steam screw, bla bla. That's more stuff than last time. Error, error. Bad file or pathway. Bst! Stop it! No, you're not broken. Let's go. Proud. Hab ich das dabei? Ja. What you wanted pretty much needed, I needed a wheelbarrow to carry it all. Thank you, my child. These items, flash for the servo, will be so, 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 so powerful. Ja. Okay. Cool. Blackbelt. Damn. Was kommt als nächstes? Komm nach Blackbelt, noch was? Das wird den Lappen hier weg, Mann. Bam, you. Moment, das geht jetzt schon... Uuuh. Ja, der ist echt... Der wächst aber schnell, ey. Der hat sich ganz schön schnell umgebaut. Das ist natürlich die Frage. Ja, für den brauche ich mich jetzt noch nicht unbedingt... Ich bin so schlecht geworden. Was ist los mit mir? Das mag ich nicht. So. Was ist das für eine Kürtel für rot mit weißen Streiten? Uuuh. Das ist that same weird monk machine as before, right? Oh, Father Servo has used the gifts of his flock to make himself powerful beyond imagining. There you taste the forbidden fruits. Wenn der jetzt dann wirklich so eine Plattform wird, ne? Dann berastet ich aber auch was. Taste the forbidden fruits. But the Servo is born on you. Ja, das ist mir egal. Ich kann euch trotzdem hacken. Oh, Level 50. Vielleicht. Das ist Level 50 ja sick und hält mehr als ein Hack aus. 69 XP ich null. Oh, der hält deutlich mehr aus. Hey, muss schon sagen. Hacken ist hier sogar fast die einzige Möglichkeit, den wegzumachen, glaube ich. No! Noch ein Hit. Okay. 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 Und gleich noch mal. Immer auf die, die am Boden liegen, und ein bisschen drauf treten. Ähm. Plopp. Enough. Es soll. Schau pät hier auch noch ein old monk. Tch. Klar. Go on. The Servo requires a gold ore. Es ist ein Filler-Metal, ein Pristine-Cable und ein Larch-Battery. Ich weiß nicht, Juby. Was denkst du? Ich fühlst mich, dass dieses Kampf ist ein großer Wachstum. Plus, es beginnt, es wird wirklich sehr viel. Es ist nicht ein Wachstum. Meine eigenen Skills improve jedes Mal, wir sparen mit dieser Maschine. Ach wirklich. Ich hack den doch jedes Mal. Such a wisdom. May the thousand blessings of a random endanzas. Blah, irgendwas Goldrein und so weiter und so weiter. Ich brot. Ich hab die auch die items. Jungs, was hab ich alles angesammelt? Eine Art von useless Crap wurde geholfen. Oh nein. Oh. Jetzt kann der Vater Servo endlich erreichen. Wann mit dem Universum. Du sagst nicht. Warte, mein Kind. Der Vater Servo wird mehr körperlich als du möglich kannst. Ja, das will ich sehen. Und? Hast du dich schon umgewandelt? Nein? Okay. Jetzt aber. Okay. Hä? Interessant. Jetzt ist er wieder kleiner. Das interessiert mich tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. what do you think of our Father Servo now? You've, uh, done a lot of work done. Indeed. No thanks to you. Well then, you can face the full might of Father Servo. Well then we fight. Ähm. 60. Hoppala. oh man oh man knapp wie knapp schau mal was der für Moves hat interessiert mich eigentlich schon bevor ich den jetzt wegschieß hä der macht doch nur so voll den Standard Move und was ist B na gut ich bin nicht besonders überzeugt au oh ja der zieht schon einiges ab so ist das sonst nix kann ja ja ne ne n n n n n n n n n This has to be the end. Oh, my child, how wrong you are. Oh, if Father Silver wishes to be truly strong, you must take his very life upon it. Oh, for the love of Grandfather Silver, no quarter. This will be the battle to the death. Prepare to die, my Android child. Will you be kidding me, or what? Mensch, Father Servo. I thought I'd get a little bit of loot from here. Or do I get all my materials back? Because he had them built, right? It's a relatively... ...sinnlose Game Mechanic, ...dass ich den jetzt nochmal genauso wie davor... ...besiegen muss. Hoffentlich will er das Hirn verschonen dort zu mir. Nee, er hat's hier. Wieso sollte man eigentlich jemals diese Arcade machen, wenn man hier... ...sowieso so viel... ...Arcade... ...einfach... ...ohne Arcade hat, ne? Weißt schon. Weißt schon, was wir wollen, ey. Kennst du das doch? Oh, fuck. Unkonzentriert halten. Ja, hier einmal noch. Einer, geh noch. Das war auf Klatsch ausgewichen, muss ich sagen. Nooo! Fast flawless. Good. Good. No further servo can be at peace. For he has found a foe strong enough to withstand him. Here. Your earthly reward. Okay. So, thank. Okay. The Lutron is over. Huh? Yes. Oh, god damn time! If I ever see that bossy Robo-Monk again, it'll be too soon, let me tell you. I suppose. Stupid machine. All he cared about was getting stronger until we finally scrapped him. But now, we don't have to see him ever again. What a relief. Indeed. Moment. Also, werden wir den doch wieder sehen. So, darüber. Und wenn dann nochmal ein roter Punkt aufpoppt, ne? Dann bin ich begeistert. Oh nooo! Oh nooo! Is this really the end? Or father server? Oh nooo! How can this be? Dabei war er immer auf'm high ground. Traurig. F in the chat. So. Hey, komm mal richtig voran mit diesen Sidequests, ey. Was ist denn das hier? Was ist das da oben? Schön steht der da auf der Mauer. Ja, sehr gut, Leute. Ich will mich nicht mit euch annehmen. Okay, ich glaube, das habe ich fehlinterpretiert. Jo. Sehr, sehr viel interpretiert. So, ne. Das ist ja der zweite Weiße. Parade, Escort. Ich geh mal da hin, das ist auf dem Türmchen, oder? So, Leute. Besonders lang machen wir aber eh nicht mehr, Leute. Viertel bis halbe Stunde, oder so. Vermutlich. Seh denn, es passiert noch nur was verrücktes. Ui. Wie viele Kacklappen wollt ihr eigentlich hier aufstellen. Tatsache, da oben so ne Quest sein. Oder da unten. Hm. Ach, guck an. Noch ne weiße Maschine. Ich kann mit denen nicht reden. Ach so, wenn ich das gedrückt halte... Nee. So, da ist ein Weißer, da ist ein Weißer, da ist ein Weißer. Ist das auch ein Weißer? Nee, das ist der andere Dude. Ach so. Ach so. Ach so. Amnesia, da will ich hin. Was ist das? Resistance Camp gibt's auch noch. Neue Sachen. Okay, crazy, crazy, crazy. Content, Leute. Content, Leute. Richtig, absolut krasser Content. So. Wenn ich jetzt wüsste, wie das Ding heißt, wo ich hin will... ... 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 Eine Mail vom Command? ich habe schon mal gemacht ist auch schwachsinn search order an annulment sind die sich resistent ja mein members possession withdrawn 200 member in question had been killed bei machine life from however our search team still managed to recover the information chips has located the corpse of another resistance member nearby we are currently investigating if the two issues are connected what wurden die zwei jetzt gekillt das finde ich aber nicht cool die reden noch nicht drüber oh this photo und so feeling the intense heat beating down on me was i with someone now all of you and for a month so kind of an 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 Nice job, ey. Das ist gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Ein kleines bisschen, dann müsste vielleicht Platz 1. Ja. Quack. Quack, mach das Wildschwein. Der hat mich zuerst angegriffen. Ja, okay, okay. I see you, I see you. Hey. Geh aus meiner Bude, ey. Sonne ist hier. Was ist hier schon? Nee. Hier oben war's, ne? Ach, die chillt da immer noch. Hm. Klar ist du nicht weggelaufen. Sauf ihn! Ich bin morgens mittags abends. So, how did it go? Did you find that murdering Wenchu in the Red Hood? Not exactly. We did learn that you sold the hood to someone. What? Apparently a redhead resistance member sold the hood after the explosion in the ruins. This doesn't make sense. I was starting to believe you had something to do with the murder. That's impossible. That's impossible. I don't know about any of that. Ooh, wurde die vielleicht gehackt? All right. Listen, if you... Look, you said there were still some records left in this pod, right? Then we have to look at them right now. Think about this for a second. I want you to understand what you're asking. You may have killed your own friend. I don't know why or how, but it's possible. I don't care. I have to know the truth, please. All right, I'm heading on. Interesting. It would be entweder gehackt, but I mean, that's all I could do. If she just said, good, then look at me again. Instead of me through the whole world to send. Amazing. Or she kills me now, while I hack. That's funny. Wow. Examining storage circuits. 88%. 92%. 98%. 98%. Hecky-schmecky. Yeah, that's already the one, right? Of course. Of course. I'm a type E. A Yoha type E. Yoha. Function is to seek out and execute deserters and traitors. I disguise myself so I can approach my targets and kill without warning. One day, I was ordered to kill my friend. So I did. I had my orders and I followed them. It was hard. So hard. And after a while, I couldn't live with what I had done. So you erase your own memories. Yes. This wasn't the first time. I've killed comrades, friends, lovers. I've done it more times than I can count. Again and again and again and... ... ... ... ... ... ... ... Are you alright? Yes. I am alright. Everything is alright. I am a Yoha type E for execution. I follow orders. I kill my friends. And you served it. Served the murder. Now I have to pay you. Wait, you don't. Do you need a friend killed? I love her. It's my job. 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 Let's go. This is a bit crazy, I feel. You obtain a port program. Wire. And now, when I talk about it? My job. My job. My job. My job. Yeah, it's a bit crazy. Type E. I didn't know there was such a thing. Did you two be? Some things are better left unknown. Yeah. I suppose so. Are you a needs a building. Maybe it really gives you guys for all books that are called alphabet alphabet? That's if you have an end pool. And you also have an end for every liquid. Oh. Eine coole Quest. Auch wenn wir ein bisschen sinnlos durch die Gegend laufen, unseren Zeug inkludiert hat. Na ja, schauen wir mal, was gibt es hier? Da gibt es den ersten Weisen. Es gibt hier drei so weise Leute. Und einen, der mir ein Speed-Duel braucht. Managers Request. Photographs. Wir gehen jetzt auf den Jahrmarkt. Weil wir da Bock drauf haben. Dann machen wir noch die Jahrmarkt-Section und dann raiden wir. Raid. 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 Ja, das ging ja auch ein bisschen schneller als er wartet tatsächlich hier. Dann sind wir wieder faul und quicktraveln. Ich seh schon, das... Das Spiel kann schon süchtig machen, glaub ich. Mich natürlich nicht, aber das sind normale Menschen schon. Äh... Ich glaub da war im Resistance Camp, ne? Ja doch, das war der auf der Leider da oben. Auf dem Gerüst. Speichern. Oh, knapp. Das ist ein Foto. Das ist von der Amusement-Bug. Okay. I remember having fun there. Together. Together. Aha, aha, aha. Romance incoming. Ich rede mal mit dem Red Hooded. Oh, okay. So, anyway, I assessed her. Ach so, come on. Excuse me, is this the music box you were looking for? That's it? Where did he find it? Uh-oh. I'm using that next to the corpse of an android. Maybe better. Was his owner? Ja, sehr, sehr mitfühlsam, Dubi. Oh. Was she? Well, it's awfully rusty, but with a little work I should be able to get it playing again. Of course. Thank you for bringing the box to me. I can finally concentrate on my work again. Oh, and you too are welcome to enter the back anytime you like from now on. Ach so, komme ich da rein. Ja, cool. Dann gucken wir mal, was da so abgeht da hinten. In the back. Quest. Boom. Bam. Wapam. What to do? What to do? What's wrong? Maybe I can help you out. So, you're from the bunker, right? Well, it turns out I have some packages that need transporting, but I can't get them out of storage. One of my superiors was in charge of it. But now I have to do it, and there's so much stuff that I can't possibly move it. She's gonna... I have my head for this. I gotta get those packages to transport out of here. Think you can get the goods? Yeah, 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 yeah. Immer schön hin und her tragen, alles. Sorting, travel. Moment, was? Marking objects, likely to be the targeted packages. I can't get them out like this. Ugh, better make a path first. Moment. Das ist ja volles Puzzle. Kann man das ziehen? Oder kann man das nur schieben? Okay, die sind alle zu hoch. Um drauf zu hüpfen. Ziehen kann man das nicht. Hä, wie soll ich denn... Das da hochzuschieben bringt gar nichts. Gut, ich meine, das ist ja offensichtlich, oder? Ah ja, okay, ja, das ist eigentlich schon relativ offensichtlich. Gefühlschen. Na, wir holen uns dann natürlich auch die Bonuspunkte da unten nach. Weil dat ist essentiell für mich. Die Frage ist, ob die das wieder von der Wand wegkriegen wollen, na... Aber das will mich ja eigentlich nicht jucken. Danke für die Hilfe übrigens, Tupi. Ranged attack. Okay, that should be all of the packages. Oh, das ist ne heller Zeit zu deliver Nuggets. Ja. Wetten, das gibt's jetzt noch ein paar Mal. Nur mit anderen Ärzeln. Hallo, ich will mit dem reden, nicht mit dir, Tupi. Geh weg. Geh weg, Tupi. Hey. Wundern. Was... Wundern, was... ... und vor allem. Talk about a Lifesaver. You really need to... ...organise your storage area. You got barely warp in there. Seriously. You need to clean that place up. I know, I know. I take it up with my superior. Here's a little something for your trouble. rusted clumps wollte ich schon immer mal so warum ist es jetzt hier rot alles ich habe schon wieder eine quest angenommen wo ich nichts weiß welcome welcome blablabla ok bei der konnte man diese sachen kombinieren fjus ich habe schon einiges von dem zeug na gut das muss jetzt nicht sein